Liebe Freunde von Starlight Express, in diesem Jahr können wir gemeinsam unsere runden Geburtstage feiern. 20 Jahre Children for Tomorrow und 30 Jahre Starlight Express. Ich freue mich sehr, dass ihr Children for Tomorrow in diesem besonderen Jahr nochmal unterstützen möchtet. Ein großes Dankeschön an das Starlight Team und ihre vielen Besucher. Mit eurer Hilfe können wir Flüchtlingskindern helfen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten und ihnen eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Wir sehen uns im Oktober. Ich freue mich unheimlich auf die neue Show und ja, alles Gute und bis dahin.